Hallo von der Embedded World. Wir sind zu Gast bei einem unserer Kunden aus der Halbleiterwelt, Cologne-Chip und mein Gast ist Michael Gude. Herr Gude, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Sagen Sie doch mal, was macht Ihre Firma, was ist das Besondere an Ihrem Haus? Also wir sind ein Fabless-Chip-Hersteller, das heißt, wir haben keine Eingelegende Fertigung, machen aber alles andere, das heißt das Design der Chips, wir machen den Support, Software-Support, den Verkauf, weltweite Unterstützung unserer Kunden. Nur die reine Fertigung überlassen bei großen Halbleiterherstellern. Das ist in diesem Fall mit den neuen FPGA so, dass das auch Made in Germany ist, weil die in Dresden bei Global Foundries hergestellt werden. Wo ist jetzt die Verbindung zur Leiterplatte mit dem, was wir an Sie liefern? Leiterplatten sind zwei Verbindungen. Wir brauchen einmal sogenannte Evaluation Boards, wo wir den Kunden mal zeigen, wie könnte so ein Produkt aussehen und wo kann man das Chip einsetzen, wie kann man es testen. Mit wie vielen Mitarbeitern machen Sie das? Wir machen das in Köln mit etwa 15 Mitarbeitern und vertrauen da weltweit Distributoren und Repräsentanten, die Kundenprojekte akquirieren und wir machen dann von Köln aus den technischen Support für alle Kunden weltweit. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, also hier die FPGA aus Köln. Dankeschön. Vielen Dank.